Es tut mir leid, ich habe es mir nicht erwartet, aber leider ein positiver Befund. Wie haben wir es gedacht? Es ist ein eher aggressiverer Krebs, ein prosterer Krebs, ein sogenannter Gleason-Score 8. 8 von Gefühl. Krebs, Gleason-Score 8 von 10. Ich bin plötzlich ein Patient mit beträchtlichem Risiko zu sterben. Warum ich? Warum jetzt? Es ist wie ein Urteil eigentlich. Dieser Satz, diese Erwartung der Medizin an mein Schicksal ist wie ein Stachel in mich reingefahren und ist da drin gesessen und hat mich nicht mehr losgelassen. Es war so, wie die sagen, ich muss sterben. Gelegentlich kam es dann dazu, dass ich jemanden auf unserer Treppe traf und den angeschaut hat und gesagt habe, habe ich sie nicht vor zwei Wochen im Rollstuhl hier runtergetragen? Und da sagt der Patient zu mir, ja, ja, ich bin seit fünf Jahren nicht aus dem Rollstuhl rausgekommen und ich habe gedacht, irgendwas ganz Wunderbares passiert in unserem Labor. Überzeugung, also Geist, verändert Neuronen, also Materie. Kann das Hirn sich selbst heilen? Es ist nicht richtig zu sagen, dass das Hirn sich selbst heilt, weil es dazu soziale Interaktion braucht. Bettina Reiter, der die konventionelle Medizin nur noch ein halbes Jahr Lebenszeit voraussagte, ist ganz gesund geworden. Es verändert sich einfach alles. Es besetzt sich alles irgendwie anders. Auch das Essen und die Sorgfalt, mit der ich koche oder genießerische Dinge mache, das ist alles auch Körper, natürlich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!